Herzlich willkommen zu Charts & Co. der Finanzmarktanalyse bei Börse Stuttgart TV. Es hat fast schon etwas Historisches. Erstmals in der Konzerngeschichte gingen im abgelaufenen Quartal die iPhone-Verkäufe zurück. Apples eigentliches Zugpferd zeigt also erste Lähmungserscheinungen und entsprechend gingen im abgelaufenen Quartal auch die Gewinne und Erlöse zurück. Was tut sich derzeit bei Apple? Genau darüber wollen wir heute sprechen mit Bastian Galuschka, Finanzmarktanalyst bei GodmodeTrader. Herr Galuschka, die Aktie von Apple wird heute massiv auf Talfahrt geschickt. Dabei erzielt Apple eigentlich immer noch Margen, von denen die Konkurrenz eigentlich nur träumen kann. Ist der heutige Abverkauf vielleicht sogar etwas übertrieben? Also übertrieben würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Apple befindet sich einfach im Wandel, weg vom Wachstumsunternehmen hin zum Value-Unternehmen. Und das ist natürlich dann auch der Fall, dass hier Investorengruppen sich aus dem Wert verabschieden. Andere Investorengruppen kommen hingegen neu hinzu. Solche Umwälzungen dauern einfach einige Zeit und belasten dann auch oftmals den Kurs. Wenn wir auf die Zahlen blicken, die ja gestern nachbörslich veröffentlicht wurden, da muss man sagen, die waren auch alles andere als gut. Also nahezu bei allen Kennzahlen lag man unter den Erwartungen des Marktes. Knackpunkt war sicher auch die vorsichtige Prognose des Managements für das dritte Quartal. Apple erwartet hier einen Umsatz zwischen 41 und 43 Milliarden. Da hatten sich die Marktteilnehmer ein bisschen mehr erwartet. Sie hatten auch die Bruttomarsch angesprochen. Also die Bruttomarsch ist im zweiten Quartal bereits gesunken und dürfte weiter nachgeben. Man erwartet jetzt hier eine Spanne zwischen 37,5 und 38 Prozent. Was war positiv? Nun zum einen eine höhere Dividende und zum anderen die Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms. Das hat dem Kurs aber erstmal nicht geholfen. Wir sind nachbörslich deutlich unter Druck und dürften heute erstmal die wichtigen Unterstützungen im Chart unterschreiten. Also meine skeptische Einschätzung in der Vorwoche wurde zunächst bestätigt. Und für mich ist nun wichtig, mittel- bis langfristig, dass die Aktie im Chart die Unterstützungszone zwischen 94 und 92 US-Dollar hält. Da haben wir den EMA 200-Woche, da haben wir auch die Tiefs der letzten Monate. Und dieser Bereich muss halten. Ansonsten, wenn wir unter 92 US-Dollar abfallen, dann könnte die Aktie deutlich unter Druck geraten. Und das auch auf Sicht von mehreren Monaten. Wer hier auf Kaufsignale wartet, prozyklischer Natur, der muss sich wahrscheinlich erstmal etwas gedulden. Also ich sehe das auch zunächst erst wieder über 112,40 Dollar. Also wenn wir die letzten Hochs hier rausnehmen, dass sich das Chartbild freundlicher gestaltet. Der Fokus richtet sich jetzt erstmal auf die Unterstützung in die Hand, die Aktie ist in Hand der Bären. Und wie gesagt, der Bereich 92 bis 94 ist entscheidend. Im Blickpunkt vieler Anleger steht die FED-Sitzung am heutigen Abend. Was erwarten denn die Anleger von Charlotte Yellen? Also eigentlich nichts, muss man ja sagen. Es wird erwartet, dass die Zinsen unverändert in einem Korridor zwischen 0,25 und 0,5 Prozent verharren dürften. Wichtiger ist natürlich in diesem Fall auch die Kommentierung für die nächsten Monate. Also inwiefern in diesem Jahr überhaupt noch etwas auf der Zinsfront passieren dürfte. Der aktuelle Konsens sind ein bis zwei weitere Zinsschritte in diesem Jahr. Ich hatte ja hier in der Sendung mich schon mehrfach skeptisch geäußert, dass diese Schritte überhaupt noch geben dürfte. Aber wir müssen natürlich erstmal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Fakt ist, Euro-S-Dollar dürfte heute stark reagieren. Die Richtung vorauszusehen ist meiner Meinung nach vor so einem Event nahezu unmöglich. Aber man kann sich natürlich mithilfe der Chart-Technik wichtige Marken herausarbeiten. Das sind zum einen die 1,13,40 auf der Oberseite. Darüber, also sollte Euro-S-Dollar darüber ansteigen können, wäre Luft auf 1,14 und sollte es ganz gut laufen für die Käufer, sogar Luft bis in die Widerstandszone zwischen 1,14,65 und 1,14,95. Auf der Unterseite hingegen bleibt für mich entscheidend, mit Blick auf den Aufwärtstrend der letzten Monate, dass das Tief bei 1,12,11 hält. Sollte Euro-S-Dollar da runterfallen, dann wären Kurse im unteren 1,10,60-Bereich wieder denkbar. Vielleicht noch ein Hinweis, was auffällig ist bei solchen Events. Die erste Richtung bei Euro-S-Dollar muss nicht immer die nachhaltige sein. Also wir sehen immer wieder diese Zick-Zack-Bewegungen. Erst eine Reaktion nach oben, dann der Trend, der sich nach unten entfaltet oder genau andersrum. Also falls man heute überhaupt was handeln möchte in Euro-S-Dollar, sollte man auf diese Zick-Zack-Bewegungen, auf diese Fake-Moves auf jeden Fall vorbereitet sein. Schauen wir auf den US-Aktienmarkt. Der Dow und Co. präsentierten sich zuletzt in recht robuster Verfassung. Welche technischen Marken sollten Anleger derzeit ganz besonders im Auge behalten? Also man muss hier mittlerweile unterscheiden, meiner Meinung nach, zwischen dem Dow Jones, dem S&P 500 und den Tech-Werten. Also der Dow und der S&P 500, die schauen eigentlich noch ganz gut aus. Bei den Tech-Werten ist natürlich auch dank, in Anführungszeichen, Apple und Alphabet Druck auf der Unterseite drin. Und der Nasdaq 100 gefällt mir nicht mehr ganz so gut. Wenn wir auf den Dow Jones blicken, dann sind wichtige Marken bei 17.850 und 17.800 Punkten auf der Unterseite anzusiedeln. Also man kann hier auch von einer Unterstützungszone sprechen. Würden wir da runterfallen, dann würde ich auch für den Dow Jones kurzfristig vorsichtiger, in diesem Index vorsichtiger agieren, beziehungsweise mich auf der Long-Seite erstmal etwas zurückhalten. Wann könnte sich der Trend fortsetzen? Nun dafür benötigen wir einen Anstieg über das Hoch bei 18.167 Punkten. Und dann wäre auch das Allzeithoch bei 18.350 Punkten wieder erreichbar. Brenzliger ist es aktuell um den Nasdaq 100 bestellt, denn da dürfte uns der Apple-Kursrutsch heute auch Kursabgaben unter die wichtige Unterstützung bei 4.435 Punkten bescheren. Und nur ein schnelles Intraday-Reversal heute könnte dieses Verkaufssignal wieder aufheben. Sollte das ausbleiben, dann sehe ich uns eigentlich in den nächsten Tagen im Index in der Unterstützungszone inzwischen 4.380 und 4.360 Punkten. Diese würde ich ähnlich wichtig einstufen wie den Kursbereich um 17.800 Punkte im Dow Jones. Im Nasdaq 100 kommt noch dazu, dass wir im Chart eine bärische Inselumkehr sehen. Wenn Sie sich diese Seitwärtsphase vor einigen Tagen anschauen, die losgelöst durch zwei Gaps vom restlichen Kursgeschehen, ja, da quasi im Chart schwebt, daher auch der Name Insel, dann ist das ein stark bärisches Signal, dass wir hier nach unten ausgebrochen sind. Und ein Widerstand im Nasdaq 100 liegt bei 4.560 Punkten. Also erst wenn wir diese Marke signifikant überwinden können, dann wird es hier wieder freundlicher aussehen. Vielleicht gibt uns Facebook heute Abend etwas positives Signale. Es wäre sehr, sehr wichtig aus technischer Sicht. Ansonsten sehe ich bei den Texten derzeit leider mehr Gefahren als Chancen. Schauen wir zu guter Letzt noch auf den Rohstoffsektor. Etwas im Schatten von Gold feierte zuletzt der Silberpreis ein glanzvolles Comeback. Strahlt Silber am Ende des Tages vielleicht sogar etwas heller als Gold? Also ich denke, der Hinweis auf Silber in der Sendung aus der letzten Woche war sicherlich gut gewählt, denn das Edelmetall zeigt sich meiner Ansicht nach in einer deutlich besseren Verfassung als Gold. Mir gefällt einfach der Kaufdruck, der hinter Silber steckt. Und auch das erste Ziel bei 17,80 Dollar, was wir genannt hatten, ist ja schon fast erreicht worden. Ein zweites Trendziel kann man bei 18,50 Dollar nennen. Und was die Unterstützungen anbelangt, da hat sich kurzfristig in den letzten Tagen der Bereich um 16,80 Dollar als solide erwiesen. Selbst wenn wir nochmal etwas tiefer gehen sollten auf 16,35 Dollar, wäre das aus Sicht der Käufer auch kein Weinbruch. Also Silber sollte man definitiv als Trader auf der Liste haben. Im Übrigen gilt das auch für Palladium und Platin, die mir im Edelmetallbereich derzeit einfach etwas besser gefallen als Gold. Gold ist zudem in aller Munde. Also es lohnt sich hier mal über den Tellerrand ein bisschen rauszublicken und auch Silber, Palladium und Platin sich näher anzuschauen. Finanzmarktanalyst Bastian Galuschka von Godmode Trader. Vielen Dank nach München. Sie liebe Zuschauer, schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt. Ciao zum Co. Die Finanzmarktanalyse bei Börse Stuttgart TV.